Hallo Leute, willkommen zurück bei Sabatec, eurem Kanal über Hardware, Gaming und alles, was dazugehört. Heute mit einer neuen Projektvorstellung und zwar zu dem Projekt Cyberwave. Namensgebend waren hier wieder ein paar Sabatecys, die mal ein bisschen geholfen haben, weil ich so gerade eine kleine Idee hatte für den Namen, für dieses schöne Setup. Dieses Setup ist ein Setup für einen Sabatecys, der schon länger auf meinem Kanal dabei ist und der neuen PC für seinen Sohn sich anschaffen wollte. Und da habe ich natürlich dann gerne geholfen und so ein kleines Setup erstellt, was ich euch jetzt mal kurz vorstellen wollte. Hier haben wir den White Diamond Gehäuse von Gaming Max. Keinen bekannten Hersteller, ein relativ günstiges Gehäuse, was allerdings dann auch sehr schön ist. Es hat vorne eine nette RGB Beleuchtung in der Front, hat hinten im Heck ein RGB Lüfter und das Ganze kann man dann über das Gehäuse steuern, also die RGB Beleuchtung. Dieser PC wird sehr schön sein, wird eine solide Leistung bieten und ist wirklich so ein PC, den ich jetzt empfehlen kann für Einsteiger, die auf einem hohen Niveau spielen wollen, aber nicht mehr als 1200 Euro ausgeben wollen für einen Gaming PC bei den aktuellen Hardware-Preisen. Ausgestattet wird der PC mit einem Ryzen 5 3600 Prozessor. Ein Prozessor, der jetzt für die aktuellen Games wirklich gut geeignet ist. Und wichtig ist natürlich wie immer die Grafikkarte. Hier haben wir eine MSI RTX 3060 Grafikkarte, also eine Custom Version mit zwei Lüftern. Die Grafikkarte ist relativ schwer, also hier ist relativ viel Metall verbaut. Dadurch sollte die Grafikkarte eine richtig gute Kühlleistung haben und sie hat auch noch mal eine schöne RGB Beleuchtung. Erstmal hier unten und dann hier bei den Schriftzügen. Das kann man dann auch softwaretechnisch einstellen über MSI Mystic Light und die RTX 3060 mit ihren 12 GB VRAM und ihrem Leistungsvermögen ist so eine Grafikkarte, wo man je nach Spiel schon auf hohem Niveau in Full HD oder auf höhere Niveau in WQHD. Da kommt es wirklich individuell auf die Spiele an. Diese Grafikkarte ist nicht geeignet für 4K Auflösung. Da würdet ihr wirklich eine enttäuschende Game Performance haben und sie ist okay bei Raytracing, vor allem bei Raytracing in Full HD. Die Karte ist halt nicht die schnellste, was das Takten angeht, ist aber nach wie vor geeignet für die aktuellen Gaming Setups. Wer jetzt wirklich auf hohstem Niveau spielen will, dem kann ich diese Karte erstmal nicht empfehlen, weil sie da einfach in ihrem Leistungsvolumen ein bisschen abgegrenzt ist, nach oben hin. Als Arbeitsspeicher verwenden wir Crucial Ballistics mit RGB Beleuchtung. 16 GB Arbeitsspeicher sind es dann insgesamt. Das sind dann also 2 x 8 GB RAM Speicherträger, die wir hier haben. Die haben ein sehr schönes Metallgehäuse. Aluminium ist das glaube ich. Und sehen einfach haptisch optisch richtig gut aus. Passen dann auch perfekt zu dem Mainboard. Hier haben wir das B450 Gaming Pro Carbon Mainboard von MSI hier auch mit WLAN. Das ist nochmal ganz wichtig, gerade für junge Gamer, die nicht unbedingt immer ihre Zimmer, ich sag mal an der Telefonbuchse, an WLAN-Router haben. So ist dann immer noch Gaming dann möglich. Ich sag mal im eigenen Zimmer und so ist man ein bisschen in der Wohnung flexibel. Darauf sollte man achten, weil viele Gaming-PCs unterstützen standardmäßig kein WLAN. Das machen einfach die wenigsten Mainboards zurzeit. Gekühlt wird der Prozessor mit dem Mirage 5. Wir haben hier einen Boxkühler mit RGB Beleuchtung, den ich ja schon mal vorgestellt habe. Ich finde den sehr schön, weil der einfach für so einen großen, wuchtigen Boxkühler einfach sehr unauffällig wirkt. Eben durch diese RGB Beleuchtung, durch diesen Spiegeleffekt, den der hat. Das hat so einen Unendlichkeitsinfekt, so einen Tiefeneffekt. Und dadurch wirkt das Ganze wirklich einfach auch schlichter, leichter. Das ist einfach wirklich richtig gut. Der passt richtig gut in dieses Gehäuse, weil dieses Gehäuse hat auch eine schöne Tiefe. Also man kann hier auch Radiatoren mit 140 Millimetern im Durchmesser verbauen. Und auch oben im Deckel kann man etwa 120 Millimeter oder 140 Millimeter Radiatoren anbauen. Also man hätte hier auch noch Platz, wenn man jetzt irgendwie eine AIO-Wasserkühlung einbauen will. Also für so ein günstiges Gehäuse für unter 50 Euro ist das top. Also es gibt Gehäuse, die das doppelte Kosten und weniger Möglichkeiten bieten. Klar, man muss sagen, hier Kabelmanagement sollte man schon ein bisschen was auf dem Kasten haben. Also Kabelführung muss man hier wirklich ein bisschen kompakt legen und es sind auch nicht so viele Schächte da für Verblendungen der Kabelführung. Aber gut, das sind dann Komfortfunktionen, die man dann hier an diesem Ende spart. Irgendwo muss ja der Preisunterschied letztendlich auch herkommen. Um das Ganze dann auch mit Strom zu versorgen, haben wir hier ein 550 Watt Netzteil von Gigabyte. Ist auch 80 Plus Bronze zertifiziert. Das ist auch so ein Netzteilstandard, wo ich sagen würde, darauf solltet ihr achten, dass das mindestens 80 Plus Bronze ist. Das ist nämlich ein Zertifikat, was angibt, wie groß die Energieeffizienzumwandlung ist im Verhältnis zur Wärmeabgabe. Also wirklich, wie viel Power, wie viel Strom kommt letztendlich an den Komponenten an und wird nicht einfach, ich sag mal, in Wärme umgewandelt. Zu den Speichermedien haben wir 500 Gigabyte SSD und 2 Terabyte HDD, also mechanische Festplatte. Da kommt dann das Betriebssystem drauf auf die SSD und so hat man mit HDD nochmal Speicherraum für größere Dateien, Bilder, Videos etc. Ja, das zum Setup. Das ist hier wirklich ein Setup für Gamer, die jetzt ein aktuelles Setup haben wollen, alle Spiele, die es aktuell gibt, spielen wollen und das wirklich auf gutem Niveau und zu einem moderaten Preis, sage ich mal. Okay, ja, ich hoffe, ihr seht die anderen Videos, verfolgt ein bisschen dieses Projekt Cyberwave und dann wünsche ich euch noch einen recht schönen Tag. Euer Sebastian. Macht's gut. Ciao.